Stuttgart-Hedelfingen. Bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Hedelfingerplatzes ist am Donnerstag ein 31 Jahre alter Mann verletzt worden. Mehrere Zeugen verständigen über Notruf gegen 15.25 Uhr die Polizei und teilt mit, dass sich am Hedelfingerplatz eine verletzte Person aufhalten würde. Alarmierte Polizeibeamten trafen den Verletzten an. Rettungskräfte kümmerten sich um den 31-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen ergaben zunächst den Verdacht, dass ein mutmaßlich mit einer Pistole bewaffneter Täter in ein Gebäude an der Hedelfingerstraße geflüchtet sei. Polizeibeamte sperrten den Tatort weiträumig ab, umstellten das Gebäude und durchsuchten es ohne Ergebnis. Die Ermittlungen insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dem flüchtigen Täter sowie der Tatwaffe dauern an. Einer der Flüchtigen soll etwa 170 Zentimeter groß und rund 25 Jahre alt sein. Er soll schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart haben und trug zur Tatzeit einen schwarzen Mantel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89 90 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.